Vielleicht habt ihr auf dieses Video geklickt, weil ihr was über das James-Webb-Space-Teleskop in den Medien gelesen habt. Sicher wisst ihr, dass das James-Webb der Nachfolger vom Hubble-Space-Teleskop ist. Und Hubble sendet uns ja seit 30 Jahren tolle Bilder zur Erde. Jetzt, Gratsch, wird das James-Webb-Teleskop in seine Beobachtungsposition L2. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, was die Teleskope da oben eigentlich tun. Möglicherweise seid ihr auch neugierig, was es am Nachthimmel eigentlich alles zu entdecken gibt. Und ihr fragt euch, was ihr tun könnt. Vielleicht fragen auch eure Kids, was sie tun können und was ihr tun könnt. Nun, ihr könnt ziemlich viel tun, aber ums Himmels Willen, kauft kein Teleskop. Jedenfalls noch nicht jetzt. Weshalb nicht, das erkläre ich euch in diesem Video später. Zunächst zeige ich euch drei wirklich einfache Dinge, die ihr jetzt tun könnt, um mit Astronomie loszulegen. Also, wir sind jetzt draussen. Wir haben das Teleskop aufgebaut. Himmel ist klar. Es ist winterlich kalt. Wir frieren uns einen ab. Aber wir sind glücklich positioniert mit unserem Teleskop, um einen tiefen Blick ins Weltall zu wagen. Eigentlich wollten wir aber darüber sprechen, was ihr tun könnt, um loszulegen mit Astronomie, um loszulegen, zu verstehen, was oben im Sternenhimmel zu sehen ist. Und, ob ihr es glaubt oder nicht, das Teleskop ist genau das, was ihr nicht tun wollt. Wenn ihr mit dem Teleskop loslegt, wenn ihr ein Fernrohr kauft und die Versuchung ist, groß das zu tun am Anfang, werdet ihr mit Sicherheit im Wesentlichen Frust erleben. Heute sprechen wir darüber, was sinnvolle Schritte sind, um loszulegen, um auch Erfolgserlebnisse zu haben und nicht gleich im Frust zu versinken. Und nach einer gewissen Weile könnt ihr euch dann durchaus ein Teleskop zulegen und diesen Schritt wagen und so weitermachen. Warum erzähle ich euch denn das alles? Nun, ich habe auch eine Geschichte. Meine Geschichte begann vor fünf Jahren. Damals hatte ich keine Ahnung von Astronomie und noch weniger Interesse an Astronomie. Was ich kannte, waren die Bilder von Hubble. Ich wusste, dass es Sterne gibt. Ich wusste, wie die aufgebaut sind. Ich kannte das Sonnensystem. Ich wusste, dass es Galaxien gibt. Und ich hatte sogar mal einen Kurs in Astrophysik belegt. Aber ich hätte kein einziges Sternbild erkannt, hatte keine Ahnung, wie das Universum aufgebaut ist. Ich hätte noch nicht mal den Polarstern gefunden. Dann aber war ich mit meinem Sohn im Technikmuseum in Sinsheim oder in Speyer und habe dort einen IMAX-Film gesehen, nämlich den hier. Hubble 3D. Dieser Film hat mich ziemlich beeindruckt. Das war das erste Mal, dass ich gesehen habe, wie das Universum aufgebaut ist, dass es da irgendeine Struktur gibt. Und habe gesehen, dass das ziemlich interessant ist. Zu Hause war ich dann total enthusiastisch und wollte mir ein Teleskop kaufen. Ich habe schnell gemerkt, für ein Tausender oder sogar weniger kriegst du ein gutes Teleskop. Habe dann weiter im Internet herumgesucht und gelernt, als Anfänger langst du daneben, du kaufst das Falsche, weil du weisst noch nicht, was du willst. Deshalb kauf keins. Ich habe diesen Rat auch befolgt. Genug labert. Ich zeige euch jetzt anhand von drei Tipps, wie ihr sinnvoll loslegen könnt. Tipp Nummer eins. Besorgt euch eine Sternenhimmel-App. Was zum Geier ist eine Sternenhimmel-App überhaupt? Nun, das erkläre ich euch. Ihr braucht nämlich irgendwas, um euch am Nachthimmel zurechtzufinden, um rauszukriegen, was ihr seht, wo die Sternenbilder sind, welche Sterne sich wo befinden. Im Prinzip so eine Art Atlas. Früher hat man das so gemacht mit diesen drehbaren Sternenkarten. Die erkläre ich euch jetzt gleich mal, wie das geht. Im Prinzip müsst ihr dem Dings hier mitteilen, Datum und Uhrzeit, sagen wir mal Januar und 20 Uhr. Und dann kriegt ihr hier in dieser hellblauen Zone angezeigt, was ihr am Himmel seht, nämlich Richtung Süden, Westen, Norden und Osten. Also man würde jetzt 20 Uhr, Januar, zum Beispiel im Südosten das Sternbild Orion sehen. So geht das. Ziemlich einfach. Ihr seht aber auch hier, da sieht man nicht allzu viele Details. Wenn man die wissen wollte früher, dann brauchte man auch die Hilfe von sowas. Ein Atlas, zeige ich euch auch noch. Geht so. Man hat dann die entsprechende Himmelsregion ausgewählt, nachgeschaut, Blätter, Blätter. Und hat so die Details vom Himmel gefunden. Das war jetzt ganz schön kompliziert. Mit Sternenkarte und Atlas, mit Handy und Tablet geht es natürlich viel einfacher. Ich zeige euch jetzt Stellarium Plus, die einfachste App. Und dann kann ich mir damit mit dem Finger den Horizont abscannen. Ich kann natürlich auch reinzoomen. Ihr seht unten noch die Himmelsrichtung angeschrieben. Norden, Westen. Und ihr habt es ja vorher auf der Karte gesehen. Was ich dann tatsächlich am Himmel sehe, hängt einerseits von meinem Standort ab. Also in Europa sehe ich halt nicht dasselbe wie in Afrika. Vom Datum hängt es ab und von der Uhrzeit. Hier haben wir aber noch eine ganz interessante Möglichkeit. Nämlich ich drücke hier unten mal auf dieses Ding hier. Das ist meine Zeitmaschine und jetzt kann ich mich da durchbewegen in der Zeit. Ich gehe jetzt mal Richtung Morgen und ihr seht wie der Himmel sich da bewegt. Vorher hatten wir uns ja auf der ollen Drehkarte Orion angeschaut. Das war im Südosten um 8 Uhr abends. Ich gehe hier nochmal auf 8 Uhr abends. Und Südosten, dann müsste ich hier, ja seht ihr die Milchstrasse übrigens, wie die durchgeht. Und jetzt gehe ich da rein. Ja, da kommt Orion. Hier unten ist der Orion Nebel. Und eine weitere Möglichkeit ist, nicht den Himmel abzusuchen, sondern einen Suchbegriff einzugeben. Ich kann nämlich Planeten, Sterne, Sternenbilder, Galaxien, Kometen, ja sogar Satelliten suchen. Ich zeige euch das mal. Hier klicke ich oben rechts die Lupe an. Ich kann hier einen Suchbegriff reingeben. Sagen wir mal Andromeda. Andromeda-Galaxie. Wo ist die? Die hat sie jetzt gefunden. Wir sehen auch, das wäre jetzt im Westen. Und zwar ganz schön über dem Horizont um 8 Uhr abends. Mal reingucken. Das ist ja die berühmte Andromeda-Galaxie. Suchen wir was anderes. Zum Beispiel Jupiter. Jupiter haben wir hier. Der ist jetzt unterm Horizont. Bemühen wir schnell die Zeitmaschine. Ein bisschen zurück. Und ihr seht, dass um halb 8 Uhr wäre Jupiter noch sichtbar. Ich zoome mal rein. Dann seht ihr auch, die Jupitermonde sind hier ebenfalls richtig gerechnet dargestellt. Und vielleicht noch zum Abschluss lasst uns noch die ISS, die internationale Raumstation, suchen. Die geht natürlich auch. Wenn ich da jetzt reingehe, seht ihr auch, wie die Raumstation sich gegenüber dem Nachthimmel bewegt. Dann, die Techniker unter euch haben es ja gehört. Das Gerätchen weiss wegen GPS und der Uhr, wo wir sind, was Datum und Uhrzeit ist. Aber ihr habt ja in diesen Kisten noch weitere Sensoren drin. Nämlich ein Lagesensor, ein Drehwinkel, Messer und ein Kompass. Und damit könnt ihr dann auch noch das tun. Nämlich, wenn ihr die App jetzt hochzieht, dann beginnt die Lage gegenüber dem Himmel zu messen. Und stellt dann entsprechend dar, was ihr am Himmel seht. Mit der App habt ihr nun alle Möglichkeiten, am Himmel alles zu verstehen und zu suchen und zu finden. Was euch noch fehlt, ist ein Tipp Nummer zwei, Fernglas. Besorgt euch ein Fernglas, das ist die perfekte Ergänzung zur App. Mit dem Fernglas könnt ihr das, was ihr auf der App vermutet, dass da was ist, genauer eintauchen und genauer sehen, was da los ist. Weshalb ein Fernglas? Was tut ein Fernglas? Na, es vergrössert. Ich glaube, darauf können wir uns sofort einigen. Was nicht so ganz klar ist, denke ich, ist, dass ein Fernglas auch heller macht. Und das ist eigentlich fast wichtiger, wenn ihr an den Nachthimmel guckt. Vergrösserung nützt was, aber wirklich spannend wird es, wenn es heller wird. Denn heller heisst, ihr seht mehr Sterne. Ich zeige euch kurz meine Ferngläser. Ich habe ein fettes und ein nicht ganz so fettes. Das sind beides Astronomie-Ferngläser. Wir gehen auch kurz in den Shop rein, dann zeige ich euch, was es sonst so gibt. Es gibt solche für Astronomie, aber es gibt auch Feld-, Wald- und Wiesengeräte. Ihr könnt im Prinzip irgendwas kaufen. Ich zeige euch auch, was diese Dinge hier bedeuten. Das ist das Wichtigste, was ihr verstehen müsst. 20 mal 80. Nun, was heisst 20 mal 80? 20 heisst 20-fache Vergrösserung. 80 heisst, das ist der Linsendurchmesser hier. Je grösser der Durchmesser, umso mehr Licht habt ihr. Je grösser die Vergrösserung, umso grösser wird es. Logisch. Das ist also 20 mal 80. Die kleine Kiste hier, das ist, ich zeige euch das kurz. Wo ist es dann? Hier. 2,1 mal 42. Das hat also nur 2,1-fache Vergrösserung. Wenn ihr da durchguckt, sieht das fast aus, wie wenn ihr ohne Fernglas hochschaut. Aber ihr habt diese Wahnsinnsöffnung. Ihr habt hier 42 mm gegenüber 5, 6, 7, 8 mm des Auges. Das macht eine gewaltige Lichtverstärkung. Und damit seht ihr am Himmel, das ist fast Magie, deutlich mehr. Obwohl ihr von der Vergrösserung her nahezu dasselbe seht. Gut, im Shop, ich gehe mal da rein, ihr seht im Shop hier, das ist jetzt Astro-Shop. Das ist einer der grösseren Astronomie-Shops in Deutschland, liefert auch in die Schweiz. Hier gibt es Zeugs da wie Sand am Meer. Teilweise sind das jetzt spezielle Astronomie-Geräte, teilweise einfach sonst was. Ich zeige mal schnell. Hier seht ihr übrigens das da, was ich gerade gezeigt habe. 169 Euro, hier ist das andere, 189 Euro. Aber es gibt hier, ihr seht auch, 100 Euro. Es gibt auch Zeugs, was noch deutlich günstiger ist. Worauf müsst ihr achten? Ich empfehle euch, irgendwas zu kaufen, bis maximal vielleicht Vergrösserung 7, 8. Denn wenn ihr drüber geht, dann habt ihr zwei Probleme. Zum einen, bei grosser Vergrösserung wackelt es dann ziemlich heftig. Deshalb könnt ihr diese grossen Ferngläser eigentlich nur mit dem Stativ benutzen. Das zweite Problem, was ihr bei diesen Vergrösserungen habt, ist, dass der Ausschnitt am Himmel sehr, sehr klein ist. Damit wird die Orientierung am Himmel extrem schwierig. Und eigentlich für Anfänger ist das nichts. Was heisst jetzt 6, 7, 8-fache Vergrösserung in der Wirklichkeit? Ich zeige euch das hier auf Sky Safari. Gehen wir da mal rein. Sky Safari ist eine Sternen-App, wie wir sie schon angeschaut haben. Einfach eine etwas leistungsfähige. Ich zeige euch jetzt, was ich da gemacht habe. Ich habe nämlich die drei Ferngläser, ups, jetzt hat es wieder ausgeblendet. Ich habe ein 2-fach, 7-fach und das 20-fach Fernglas hier eingezeichnet. Und damit kriegen wir jetzt einen Eindruck, was ich dann am Himmel sehen würde. Nämlich, damit wir das gerade tun hier, wir gehen auf Orion, hatten wir ja schon. Ich gehe mal auf Orion rein. Und ihr seht jetzt, mit dem 2-fach kriege ich den Orion wirklich schön eingekreist. Und sehe praktisch den ganzen Orion in einem einzigen Bild. Wenn ich jetzt das 7-fach Fernglas hernehmen würde, dann könnte ich hier jetzt die Nebel sehr schön sehen. Und wenn ich jetzt mit diesem fetten Teil hier reingehe, dann sieht das eben folgendermassen aus. Ich habe quasi den Orion-Nebel hier unten fast formatfüllend drin. Nun, bevor ihr was kauft, schaut noch bei Opa und Oma nach. Vielleicht haben die aus den 70er oder 80er Jahren oder von sonst wo noch ein Fernglas. Das war damals üblicher wie heute, wo alle nur noch Handys haben. Vielleicht findet ihr was und könnt ja noch heute kostenlos loslegen. Und damit haben wir jetzt eine App, ein Fernglas. Was noch fehlt, ist das Verständnis darüber, was es am Nachthimmel oben zu entdecken und sehen gibt. Deshalb, Tipp Nummer 3, besorgt euch ein Buch. Astronomiebücher gibt es wie Sander Meer, gibt viel Interessantes. Leider ist das Angebot eher unübersichtlich und deshalb zeige ich euch zwei Bücher, die ich gut finde, mit denen ich häufig arbeite. Beide Bücher sind für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet und beide Bücher könnten unterschiedlicher nicht sein. Das erste Buch ist der grosse Atlas des Universums, ein richtig fetter Schinken. Ich zeige euch mal, was da drin steckt. Und zwar, das ist eine gute Übersicht, was im Buch drin ist. Nämlich, wir beginnen bei Erde, Mond, Sonnensystem und gehen immer weiter raus, über die Milchstrasse, weiter raus ins Universum, bis man weit, weit draussen am Ende des Universums endet. Und so geht das Buch von nah nach fern, von hinten nach vorn. Das zeige ich euch jetzt mal kurz, nur damit ihr ein bisschen einen Eindruck kriegt, was da drin steckt. Super Bilder, super Grafiken. Geht dann dem Sonnensystem entlang, inneren Planeten, äusseren Planeten, Schritt für Schritt. Dann geht es weiter mit den Sternen, die unmittelbar in unserer Nähe sind, im Sonnensystem. Sehen wir hier. Unsere Umgebung geht dann weiter und irgendwann landen wir dann in der Milchstrasse. Und so geht die Reise dann weiter. Milchstrasse, wir gehen raus zu den nächsten Galaxien, die um uns herum sind. Und Galaxien noch weiter raus, bis wir das ganze Universum haben. Und damit haben wir dann das Buch abgedeckt. Das Buch ist, habe ich gesehen, leider vergriffen auf Deutsch. Ihr kriegt es aber auf Englisch oder ihr kriegt es gebraucht. Ist in beiden Fällen so um die 50 Euro rum. Und weiter geht es mit dem Kosmos Himmelsjahr 2022. 2022, das ist etwas leichtere Kost. Ich habe das hier in der Kindle-Version. Beginnt immer gleich, gibt eine Einleitung, Erläuterungen. Also auch wenn man keine Ahnung hat, lernt man hier einiges bereits vorab. Und das geht dann, hier geht es auch noch um Sonnen- und Mondfinsternis. Lernt man was. Und dann kommt man in die Monate rein. Und ab dann ist es eigentlich immer pro Monat. Seht ihr hier, ich zeige das hier im Januar. Beginnt mit einer Übersicht, was am Himmel abgeht. Geht dann weiter Mond, Planeten und was man am Fixsternhimmel sieht. Bis hin zu weiteren Erläuterungen für auch zum Teil Anfänger. Hier zum Beispiel kann man lernen, wie man den Polarstern findet. Und das Ganze schliesst dann ab mit einem Monatsthema. Hier Urknall. So funktioniert dieses Buch jeden Monat gleich. Dann hat man jeden Monat was zu lernen und kann das dann auch gleich ausprobieren. Draussen in der Nacht, alleine mit den Kids, gibt es in Papierform oder Kindle. Das, was ich hier habe, in beiden Fällen so um die 15 Euro. Das ist also ziemlich günstig, ziemlich einfach. Das waren also meine drei Tipps zum Loslegen. Aber ich habe euch auch versprochen, etwas zu erklären, weshalb ihr kein Teleskop kaufen sollt. Das tue ich jetzt. Von Frust habe ich berichtet. Hier gebe ich euch drei Gründe, weshalb noch kein Teleskop kaufen. Grund Nummer eins ist, wenn ihr nicht wisst, was ihr am Himmel überhaupt sucht, was es da zu sehen gibt, dann wisst ihr auch nicht, was ihr mit dem Teleskop tun sollt, wo ihr es hinrichten sollt und steht dann ziemlich doof da. Grund Nummer zwei, wenn ihr nicht wisst, was ihr beobachten wollt. Wollt ihr nur den Mond anschauen oder wollt ihr Planeten oder Galaxien? Das hat einen riesen Einfluss auf welches Teleskop ihr kaufen sollt und wollt. Wollt ihr so ein mittelgrosses Teil oder ein riesiges Teil, wie ich es am Anfang gezeigt habe, oder nochmal was anderes? Das wisst ihr dann schlichtweg noch nicht und kauft dann das Falsche. Dritter Grund ist, ihr müsst irgendwann wissen, ob ihr nur durchgucken wollt oder ob ihr auch fotografieren wollt. In dem Moment, wo ihr eine Kamera dran packt, wird es nämlich richtig kompliziert und dann baut ihr eigentlich ein System auf. Wenn ihr mit einem falschen Teleskop loslegt, dann habt ihr schlechte Karten für euer System und müsst dann den falsch gekauften Kram auf Ebay wieder loswerden. Das wollt ihr auch nicht. In jedem Fall lohnt es sich also, mit App, mit Büchern und mit dem Fernglas mal loszulegen und den Himmel kennenzulernen, erste Erfahrungen zu sammeln. Dann könnt ihr nach drei, sechs, neun Monaten nochmal überlegen, ob ihr ein Teleskop kaufen wollt und was für eins. Hat euch dieses Video gefallen? Wenn ja, liked das Video. Wollt ihr noch mehr Videos in dieser Art sehen? Subscribt den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.